Oh, das ist krass. Ja, ich hätte gern einen Speicherpunkt. Oh Gott, Leute. Ihr macht mich fertig. Oh, komme ich da in den anderen Orten wieder? Scheiße. Oh, bloß rein. Wo kommen wir jetzt hin? Okay. Wir sind noch immer hier. Und da haben wir wieder einen Teleportstein. Oh, ist das herrlich. Super, ja. Da muss ich jetzt auch keine Angst haben. Und wie hieß dieser Fallschie nochmal? Moment, ich gucke gleich. Wichtige Gegenstände. Datenlog, die Geschichte, Kapitel 11. Was ist das? Persönlichkeiten. Ach so, das wurde aktualisiert. Gegner Datenbank. Nicht übel. Ähm, wie... Wann denn das ist? Nee. Nee, Quatsch. Ich muss doch bei... Bei, bei, bei. Die Fallschie. Da. Da, Haka. Nein, das bist du nicht. Atmos. So hieß du. Okay, Atmos. Ja, danke, Atmos. Du bist... Du bist anscheinend einer der guten Fallschie, die uns nicht ans Leder wollen. Dennoch bin ich mal lieber noch ein Stück vorsichtig, mein Freund. Ich bin da doch noch ein kleines bisschen vorsichtig. Und ja, und meiner Nachbarn bellt. Oh, Mann. Gib mal hier die Mission, bitte. Ich muss mich eilen. Er darf mir nicht zuvorkommen. Ich muss derjenige sein, der Urtism am Quell von Zylia bezwingt. Mein Kamerad und ich, sowie unsere Prinzessin, kennen uns seit unserer Kindheit. Unsere Prinzessin hat sich für ihn entschieden. Und wenn er unsere Bestimmung erfüllt und zu Kristall wird, wird das ihr Herz brechen. Also muss ich es tun. Ich muss zu Kristall werden, damit unsere Prinzessin glücklich sein kann. Oh, das ist ja beinahe schon traurig. Oh. Alles klar. Ah, unser Ziel liegt voraus. Okay. Alles klar. Ah, hier ist es doch schon. Es ist immer noch schön, aber auch doch etwas unheimlich. Wow. 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 Leute, wie alt ist Final Fantasy 13 noch mal? Ich finde das total hübsch hier. So eine Höhle fast mit Wasserfall. Ich bin hin und weg. Oh, ich mag solche Orte. Ich mag es. Wow. Wow. Was? Oh, ich mag das. Ich mag das. Das war's. Es ist schön. Zera, in dem Moment, hast du wirklich泣? Oh? Wenn du dieses Schöne verletzt hast, würde ich nicht gewöhnen, wäre es gut. Aber Das war's für mich, und die Kinder zu verabschieden. Ist das alles gut? Ja. Danke, dass du mit deinem Zuhause bist. Ich bin auch hier. Aber ist es gut? Ich bin auch hier. Ich bin auch hier. Ich bin auch hier. Ich bin auch hier. Hey, Sera. Ich werde wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Es ist schwer. Ja. Ich habe mich nicht so verletzt, dass ich mich nicht so verletzt habe. Wenn ich es so schwer, dann kann ich mich nicht so verletzen. Wenn ich mich nicht so verletzen, dann kann ich es einfach einfach überraschieren. Tough, oder? Ein Wanderer? Ein Geschenk? Ich habe auch einen Schreibe gesehen. Das ist ein... Das ist ein... Das war's für mich. Ich weiß nicht, was ich. Ich habe mich, die Welt verletzt. Ich hatte Angst, dass ich eine Person bin. Ich habe mich für die Realität verletzt. Ich habe mich verletzt. Aber ich habe mich nicht verletzt. Das war's für mich. Das war's für mich. Das ist nicht so nett. Das ist nicht so nett. Das ist, dass die Leute wirklich wichtig sind. Alle sind. Das kann ich sicher sein. Ich unterstütze. Das war's für mich. Dann, für mich. Vanilla wird sicherlich beurteilen. Sorry. Sorry. Was soll ich sagen? Das ist egal, dass ich mich beurteilen. Ich habe mich zu lassen. Ich muss mich an, dass ich mich zu tun habe, muss ich mich an. Ich habe mich an, dass ich mich nicht verletzeile. Ich will mich nicht verletzen. Ich glaube, ich will mich nicht verletzen. Ich bin mir schuldig. Ich habe mich für mich verletziert. Ich habe mir leidelt. Ich habe mich überrascht. Das war's für heute. Ich hoffe, dass wir jetzt sprechen. Ja, sicher. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Da kannten die beiden sich also... Oha! Oha! Das verblüfft mich jetzt nun doch sehr, muss ich sagen. Dass die sich wirklich kannten. Und ich muss sagen, ich bin Snow gegenüber gerade ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nicht wieso, aber... Sobald der Charakter so ein Verhalten an den Tag legt, wie er gerade, bin ich da doch... vorsichtig. Ja, jeder Schockantreffer, da ist das, wo wir hin müssen. Okay. Ähm... Kommt mal her, hier widerlichen etwas. Dann wollen wir euch doch mal ans Leder, an die Schuppen. Meine Blüte. Also, ich war ja jetzt schon verwundert, dass die beiden sich kannten und auch getroffen haben. Jetzt weiß ich auch, warum man so vertraut gesprochen hat, wenn bestimmte Cut-Szenen waren. Die beiden kannten sich. Oha! Das ist mal was. Und ich muss mal... ins Daten-Lock. Persönlichkeiten. Ah, ne. Okay. Tag 13. Tag 9. Die Begegnung. Regionen und Einrichtungen. Oh, das sieht so toll aus. Jetzt geh doch da hoch, du Nuss. Ich hab' ne neue Waffe bekommen. Ähm... Ausrüstungen. War das überhaupt ne Ausrüstung? Hm... Nö. Was hab' ich denn da mitbekommen? Ach, das war nur... nur ne Komponente. Nur. Nur. Okay. Da oben ist... Unsere Mission. Und hier müssen wir lang... zum nächsten Zielort. Okay. Ach, du gute Güte. Was sind denn das alles für Viecher? Okay. Okay. Okay, wir kriegen den Repetivschlag. Was mich jetzt eigentlich schon verwundert. So. Orobon heißen die also. Aha. Ah, jetzt sind die Oberbohlen auch noch recht hübsch. Also es tut gut, jetzt auch mal andere Gegenden zu sehen. Wir waren ja immer auf der immergrünen Wiese da gewesen. Oder im Stollen. Und jetzt hier mal so ein Ort mit Wasserfall. Das ist doch... sehr angenehm. Ich mag das. Oh. Wir haben ja bestimmt schon die 100.000. Nein! Noch nicht ganz. Doch nicht ganz. Doch nicht ganz. Okay. Kommt her. Und wir kriegen wieder den Repetivschlag. Okay. Kommt her. Und wir kriegen wieder den Repetivschlag. Okay. Ja. Okay. 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 Let's save it. Also. Okay. So. ki. Yeah. Okay. Okay. Okay, dann holen wir uns mal das Item. Mal schuppen. Oh, ey, das ist so genial. Wow. So, dann geben wir euch doch mal ein Slater. Das ist weniger schön, hat auf mich zu vergiften. Okay. 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 Also ich muss mal sagen, bisher sind die Missionen, die wir jetzt hier in der Aufnahmesession hatten, ganz angenehm gewesen. Es war doch schön und gut, dass wir, dass ich Offscreen das alles mal gemacht habe. Mission erfüllt. Ja. Und damit können wir auch hierhin teleportieren, wie wir lustig sind. Okay. Okay. Ich finde den Ort echt hübsch. Das kann man nicht anders sagen. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Das ist total hübsch hier. Ich bin echt hin und weg. Ich bin echt hin und weg. Ihhh. Der Schuppenvieh ist ja immer egelhaft. Diss... Dissorofe... Foyus... Es ist ja Zungenbrecher. Dissorophores. Oh Mann, oh Mann. Die Namen werden ja auch immer schöner und komplizierter. Nö, euch... Will ich euch bekämpfen? Will ich das? Da liegt ein Zischstein. Guck mal. Oha. Ich finde dieses leuchtende grünturkis richtig hübsch. Oh Gott. Da ist wieder Punkt und da ist was zum Speichern. Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung. BR 2018